Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Es soll heute mal darum gehen, sich anzuschauen, was kann man denn mit so etwas schwererem Equipment auf einer mittleren Bootsroute so reißen. Und zu diesem Anlass möchte ich euch gerne das heutige Equipment präsentieren, welches wir im Bereich der... Ja, wo war man eigentlich? Ach ja, hier, der 113 Meter, genau, da waren wir unterwegs, da haben wir geangelt, dort haben wir groß geangelt und zwar, zeige ich euch das jetzt einmal, wir waren unterwegs mit diesem Setup hier und zwar bestehend aus unserem Standard-Kombinationsteam aus Satriumph und WTA Poseidon mit 193 Kilo Traglast. Jetzt leider nicht mehr, weil der Blank schon ein bisschen runter ist, dann haben wir 145 Kilo Schnur drauf, 181 Kilo Schocklider Monophil, ein Fluorespilg, ja, ein Fluorespilg mit 1000 Gramm, so sieht das Baby aus, fluoresziert super schwer und sinkt wie eine Eins. Dann kommt ein 8-0er Marine Series Haken dazu, der hier hat übrigens einen standardmäßigen 10-0er Haken drauf. Wir haben eine Plastikrassel in Gelb, Schrägstrich fluoreszierend, genauso wie die FireTube, die ist auch fluoreszierend und schon ein bisschen verbraucht. Wir haben einen Filetstreifen Köhler und jetzt geht's los. 6er, 8er, 10er Haken, ich habe jetzt hier zweimal Mega-Raptor drauf, bei der 6 und der 8, bei der 10 eine Marlin Series, einen fluoreszierenden Squid 2301, der zieht sich hier komplett durch, genauso wie die fluoreszierenden Perlen. Und damit, liebe Leute, sind wir heute unterwegs gewesen auf der 113. Ich bin gespannt, wie es läuft, wünsche euch viel Spaß beim Schauen und sage Petri Heil und Film ab! Also, dann sind wir jetzt hier in diesem kleinen Mini-Abschnitt bei 113 Meter einfach mal angekommen. Ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich hier heute mal testen möchte und, ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Happy Hour und versuchen unser Glück. Ich hoffe, wir fangen irgendwas. Bin mal gespannt. Einfach mal so ins Blaue, ne? Wortwörtlich. Ist ja an sich nichts Neues, einfach mal komplett frei zu fahren und frei zu testen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, inwieweit das fluoreszierende dann in der Tiefe unten sich irgendwie in Form von Fischen bemerkbar macht. Ich habe es, wie gesagt, so noch nicht getestet. Nicht mit fluerenden Oktopoden und auch nicht mit dem großen Fluorespilk 1000. Das dürfte eventuell spannend werden. Die Frage zeigt sich dann nachher wieder, wie ist es mit der Frequenz. Aber ich lasse den jetzt erstmal auf Grund runter, solange ein bisschen Biss vielleicht kommt. Vielleicht haben wir ja schon Glück. Ab und zu mal eine Pause zwischendurch. Ihr erinnert euch, wir haben das in der letzten Session gemacht. Ab und zu mal gebremst, weil vielleicht was hinterher schwimmen könnte. Da bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht so schade drum, das jetzt wieder zu tun. Müssen wir mal gucken. Oh, da haben wir direkt einen größeren Einstieg in 110 Metern. Wir gucken mal, was da dran hängt. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Fall für, ich mache mal die Bremse zu. Könnte so in Richtung Heilbutt gehen, aktuell vom Gefühl her. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt schon dran hängt. Oh, Alter, der zieht aber ganz schön runter. Ob das jetzt unbedingt ein Heilbutt ist, ich weiß ja nicht. Aber der Biss gefällt mir. Oh ja, oh ja, doch, doch, durchaus. Das könnte ein Heilbutt sein, so vom ersten Gefühl her. Aber er lässt verhältnismäßig schnell nach. Das ist wiederum nicht so Heilbutt-typisch. Es sei denn, der Heilbutt ist nicht ganz so stark. So mit 10, 11 Kilo könnte ich mir das noch vorstellen. Aber alles, was da, weiß ich nicht. Das ist das Schöne. Wenn du sowas Neues testest, erstmal gar kein Plan, was das jetzt sein könnte. Gerade, wenn der Einstieg ein bisschen vernünftiger, ein bisschen strammer ist. Sowas gefällt mir. 10 Meter, ich sehe immer noch nichts. Da, da kommt was. Oh, was ist das denn? Ein Lump, Tatsache. Oder? Oh, aber was für einer. Holla, die Waldfeder. Hat nicht mehr viel bis zur Trophy gefehlt. Da haben wir noch 1,6 Kilo etwa gefehlt. 1,605 Kilo. Hui. Schöne Größe. Aber für eine Happy Hour ist das anständig, finde ich persönlich. Deswegen sehr cool. Einmal in den Kescher bitte. Und dann geht's weiter. Nice. Auf was hat er gebissen? Auf den Squid. Nur die Frage ist, welchen davon. Aber das ist eine schöne Größe, alter Schwede, für so einen Lump. Das ist eine schöne Größe. Aber leider, leider immer noch nicht die Trophy. Aber das wäre auch ein bisschen vermessen, die jetzt schon auf die ersten, auf den ersten bisschen zu erwarten, ne? Oh, 3,6 Kilo Dornhai hing dran. Auch schön. Wow. Ein guter Happy Hour Booster ist das. Unten auch für den Kescher ist das wieder. 5 Minuten und 3 schöne Fische tatsächlich. Wow. Also, I mean, wow. Vielleicht bleibe ich doch hier und lasse mich hin und her treiben, dass wir dann, weil ich sag mal so, in den 6 Stunden, die wir getrieben werden, kommen wir sowieso an die Randkante. Also wenn wir uns um 24 Uhr wieder zurückziehen lassen, reicht es auch aus. Dann bleibe ich hier in dem Bereich grob drin und wir gucken einfach mal, wo es uns hinbringt. Vielleicht so ein bisschen hin und her. Ich sag mal, der grobe Bereich. Ich sag mal, ganz, ganz hundertprozentig genau angeln kann man zwar, aber ich hätte da persönlich keinen Bock drauf, immer das Boot wieder richtig hin zum Navigieren. dann lieber testen, was sonst noch möglich ist. Außerdem kann man ja hier die Chance auch nutzen, dass in diesem Randbereich aus dem Tieferen eventuell was drüber geht über die Kante. Auch das ist ja durchaus eine Option, die wir nutzen können. Ja. Da ist was eingestiegen. Oh ja. Da haben wir Widerstand. Aber noch nicht so einen starken. Gucken wir erstmal, was das sein soll. Aber so nach dem Motto, da ist zwar was, aber es hat jetzt nicht wirklich Ambitionen zu kämpfen und sich zu verteidigen. Zumindest hatte ich das bisher bei den Schwarzfischen nicht. Kann sein, dass wir da so zwei Kilo dran haben. Ganz, oh, was ist denn hier los? Das macht er sich aber doch nochmal schwer, du. Mehr als ich erwartet hätte. Na? Hä? Der hat doch die ganze Zeit ruhig gehalten. Was ist denn jetzt los? Hä? Was ist denn da jetzt dran, sag mal? Und das sieht auch nach einem aus, ja. Oh ja. Oh, schön. Aber guck mal hier, 9,8 Kilogramm. Prost Mahlzeit, ey. Das ist aber eine ordentliche Größe schon mal. 21 Minuten, sechs Fische. 16 Kilo Lump, 3,6 Kilo Dornhai. Nochmal 7 Kilo Lump und ein schöner 9,8 Kilo Seewolf. Also das, oh, ja. Nehme ich gerne so, wenn das so bleibt. Doch, durchaus. Ein schöner fetter Einstieg, um wach zu werden am Morgen. Das wäre doch mal was. Aktuell eine halbe Stunde, acht Fische. Ja. 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 Oh, nein. Nein, da war der Fisch dran. Verdammte Hacke. Aber ganz kurz eine Resonanz. Mist. Das ärgert mich jetzt wieder, dass ich das verpasst habe. Nach dem Fisch hier muss ich gleich erstmal... Oh. Ja, 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 ja. Ah. Ja. Erstmal habe ich was dran. Sehr gut. Bleib schön fest dran sitzen, mein Freund. Oh, 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 oh. Oh. Entschuldigung. Ich habe da, glaube ich, ich habe sie, glaube ich, verwechselt. Guter Fisch. Ich wusste nicht, dass sie sich so schwer machen können. Das ist vollkommen in Ordnung in meinem Verständnis. Aber sie müssen jetzt auch dranbleiben, nicht? Wow. Ein Feini ist das. Habe ich schon? Ne, habe ich noch nicht. Oh, 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 oh. Ja. Ja, das fühlt sich ein bisschen nach Heilbutt an. Hier. Aber das ist so ein Hin und Her. Das ist doch kein Heilbutt, oder doch? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Irgendwie schreit bei mir gerade so ein bisschen die Vermutung Richtung Grünland-Hei. Wow. Prost Mahlzeit, ey. Da hat er jetzt aber doch ganz schön, äh... Ne, das ist was Hai-artiges, Leute, glaube ich. Könnte das ein Grüni sein? Also so ein Hin und Her tatsächlich bei einem Plattfisch würde ich jetzt nicht unbedingt schätzen. Schön dranbleiben, mein Freund. Wow. Alter. Junge. Alter Vater. Okay, jetzt werden die Hände langsam schwitzig. Böse. Ganz böse. Das ist die Art von Fisch, wo man besonders gut aufpassen muss. Jetzt wird er eklig. Jetzt wird er unruhig, Leute. Er wird unruhig. Fällt mir gerade nicht die Situation. Hast du wieder das Gefühl, da hängt so ein Sack unten dran. Vielleicht ist das ein Grüni. Ich weiß es nicht. Möglicherweise ein Grünland-Hei. Aber es ist sehr ruhig und gleichzeitig doch sehr bestimmend. Das ähnliche Verhältnis hatte ich beim Gotteslachs gehabt. Das würde aber jetzt bedeuten, dass der wahrscheinlich sogar über 40 Kilo hat, wenn das wirklich einer ist. Oh, das ist ein verdammt rabiater. Das kann ich so jetzt nicht bestätigen oder sagen. Ich weiß nur, dass es ziemlich haarsträubend gewissermaßen ist und ziemlich nervenaufreibend. Zumal der jetzt gerade wieder kaum zulässt, dass ich ihn hochhole. Jetzt gerade wieder ein bisschen nachgelassen. Und nach wie vor muss man halt höllisch aufpassen, weil mal ein größerer Ausschlag sein kann, dass der einfach weg ist. Puh, 20 Meter noch. Ich sehe immer noch nichts. Aber so langsam wird es eng für den Kollegen da unten. Noch 15 Meter. Ich sehe leider immer noch nichts. 10 Meter. 10 Meter. Immer noch 10 Meter. Beim Grünland-Hail ist es immer ähnlich. Da braucht er auch immer ein bisschen, bis er sichtbar wird. 5 Meter. Ich sehe ihn immer noch nicht. Also es könnte vielleicht sogar sein. Wo ist das Vieh? Ich sehe es nicht. Ich sehe ihn nicht. Und es macht sich wieder schwerer. Wir müssen aufpassen. Da. Leute, da kommt er. Scheint wirklich ein Grüni zu sein. Oh ja. Oh ja. Das ist was Größeres, Leute. Da kommt was. Alter Vater. Da kommt was Größeres an. Wir müssen aufpassen jetzt. Oh, oh, oh. Mach keinen Scheiß jetzt. Hol den einfach nur rein. Woho. 174 Kilo Grünland-Hail. Ja, Schamackofahrtsherrschaften. Direkt nochmal in der Happy-Auer. Das gibt nochmal 400.000 XP dazu. Halleluja. Hohoho. Wow. Das ist ein schöner Brecher, Leute. Schick. Sehr schick. Wow. Alter Falter. Und das noch in der ersten Stunde. Das macht Laune auf mehr. Huhuhuhu. Wow. Jetzt gucken wir uns an, auf was er gebissen hat. Der ist auf den Natural Squid gegangen, Leute. Nicht mal auf den Florespilg. Der ist auf Natural Squid gegangen. Und ich vermute mal, es war dann der 10-0er-Haken. Kann natürlich auch sein, dass es was anderes war, aber... Wow. Junge, 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 ey. Hängt eine Wa... Echt, jetzt? Ist das dein Scheiß-Erst? Auf den Florespilg. 1.000 hängt eine 133 Gramm Akrele. Ich krieg einen zu viel. Es ist der erste Einstieg auf Florespilg. Ich krieg einen zu viel, ey. Na? Jetzt ist mir wieder die Frage, was hängt da jetzt dran? Was hängt da jetzt dran? Was soll das jetzt sein? Bin gespannt. Guck mal, da kommt was. Oh, schöner Tiefenrotbarsch mit 3,5 Kilo. Ehrliche Antwort, Leute. Ehrliche Antwort. Ich hatte gerade zwischendurch das Gefühl, könnte ein Tiefenrotbarsch sein. Ich habe es aber nicht gesagt. Es war tatsächlich ein Gedanke, den ich hatte. Genau, Tiefenrotbarsch hatte ich nämlich 100 Gramm unter Super-Trophy gezogen letzte Woche. Und das war ein ziemlich krasser. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Oh, schön. Jetzt mal ein Seehecht hier mit 6 Kilo drauf. Sag mal, eine Stunde geangelt hier. 14 Fische, unter anderem 174 Kilo Grönlandhai. Fetter Tiefenrotbarsch mit 3,5 Kilo. Fetter Seehecht mit 6 Kilo. Fetter Lumpen mit 16 Kilo. Dornhai mit 3 und ein fetter Seewolf mit 9,8. Also das wird eine verdammt leckere Stunde hier. Habe ich denn inzwischen irgendwas auf... Warte mal, ich will mal gucken, ob... Alles Natural Squid. Alle auf Natural Squid. Keiner. Nur dieses kleine Scheißvieh ist auf Florespilg gegangen. Das gibt's gar nicht. Doch, halt. Der Seewolf. Gerade gesehen. Der Seewolf hat ihn auch genommen. Oh, oh. Ja. Ja, ja, ja. Ich mach schon an. Ich mach schon an. Alles gut, Leute. Ich mach schon an. Alter, was ist denn da schon wieder los hier? Guck dir das an. Uh, 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 uh. Es geht nur noch nach oben. Eww, 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 eww. Eww. Alter, der Fisch. Oh Gott, der wackelt schon wieder so hin und her. Ist das schon... Oh, oh, oh. Habt ihr den Schlag gesehen? Ach, du Alarm. Jetzt kriege ich Angst. Jetzt kriege ich Angst, Leute. In solchen Fällen versuche ich dann wirklich aktiv daran zu denken, dass ich im Zweifel immer einen Kaffee mehr trinke als einen zu wenig. Man sieht das Resultat gerade. Meine Futteranzeige ist voll bis oben hin. Oh, jetzt gewittert das auch noch. Passend zur Situation. Oh, wenn der jetzt anfängt, hier rum zu... Oh nein, scheiße. Ich hoffe, ich habe den vorher oben, weil sonst, wenn es jetzt ungemütlich draußen wird, nicht gut. Nicht gut, wenn das jetzt hier mit hohem Wellengang und und und... Oh oh. Den müssen wir noch schnell hochbringen, Leute. Also ich weiß, ich werde das Gefühl nicht los, dass der mehr Power hat als der vorhin. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, Leute. Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Aber der macht mir irgendwie den Eindruck. Und jetzt kommt auch noch eine starke Drift dazu. Das ist übel. Das ist ganz, 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 ganz schlecht gerade. Das nimmt verheerende Ausmaße gerade an. Nicht gut, gar nicht gut. Wurde leider vorhin durch die Drift ein wenig überrascht. Da hat er sich dann wieder auf 100 Meter entfernt. Jetzt so langsam komme ich wieder ran. So, die letzten 10 Meter, Leute. Langsam kommt der Fisch nach oben. Ich bin gespannt, was es wird. Es ist einfach ein Plattfisch, Leute. Es ist einfach ein Heilboot, Leute. Es hängt halt da einfach ein Heilboot dran. Mit 50 Kilo. Ja. Da für eine Viertelstunde. Ist ja ein bisschen herausfordernd. Aber ist okay. Ist okay. Ist okay. So, 10 Meter noch. Schauen wir mal. Da kommt irgendwas hochgerudert. Ich kann... Ist das wieder ein Lump? Nee. Seewolf. Boah. 4,7. Stadtlich. Nehmen wir. Der war in der Sinkphase, der Biss, oder? Schon mal nicht verkehrt. Der macht sich aber schön schwer hier noch, ne? Sehr interessant doch. Was kommt da? Ich sehe es nicht. Ist das ein kleiner Kabeljau? Ah, fast. Ein 8 Kilo Steinköhler. Aber ein schöner. Ein richtig schöner. Da gehe ich direkt nochmal runter mit. Der ist in der Sinkphase reingegangen. Wieder ein schöner Steinköhler. Leider immer noch keine Droffi dabei gewesen. Vielleicht kriege ich die irgendwann jetzt nochmal. Mal gucken. Boah, 20 Meter. Das ging ja relativ zackig. Ich tippe mal auf Wittling und oder Makrele. Wahrscheinlich wieder eine Makrele auf den Flur. Nee. Komm. Ist das dein Ernst? Nee. Die nächste Makrele auf den Flur ist Pilg. Ihr wollt mich doch verkohlen. Wollt ihr mich doch. Und da ist der nächste Wittling mit 944 Gramm. Sehr schön. Und da sind wir wieder. Nachdem wir jetzt zwei Stunden mit Fluris Pilg unterwegs waren und fluristierenden Oktopoden, schauen wir uns einmal die Blankobeträge an. Achtet bitte auch wieder darauf, dass ihr im Café eure Aufträge abgebt. Wir gucken erst mal, was kam überhaupt bar auf die Kralle zusammen. Wir haben jetzt eine Fangzeit von zwei Stunden und zwei Minuten und acht. Jetzt kommt der spannende Teil nach Preisen sortiert. 1.171 Silber allein schon für unseren Grönlandhai hier. Die 50 Kilo Heilbutt bei 180 Silber. Also da ist schon mal eine gute Summe zusammen bisher. Also da kann so ein Hai auch alleine mal den Kescher ganz bequem tragen. Dann haben wir unseren gestreiften Seewolf mit 77 Kilo. Ein Dornhai mit 73 Kilo. Köhler, der Steinköhler, den wir vorhin noch gezogen haben, der bringt 67 Silber ein. Und nicht weniger der tiefen Rotbarsch mit seinen 3,5. Das ist nämlich auch 66 Silber wert, das Tierchen. Sehr angenehm. 6 Kilo Seehecht hier. Den hatten wir noch am Ende der ersten Stunde gezogen mit 6 Kilo. Und der bringt auch 63 ein, wie gesagt. Und wir haben den Lump mit 16 Kilo. Der ist bei 57. Ja, ja. Und die Wittlinge kennen wir ja selber schon. Da kommt eigentlich immer was Brauchbares bei zusammen. Insgesamt auf 2 Stunden ein Betrag von 2000 Silberleute. Das heißt 1000 Silber pro Stunde. Wobei der Grönlandhai schon die eine Stunde komplett abgedeckt hat. Ja, ne? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Also eine geile Kombi für große und schöne Fische. Testet es auf jeden Fall mal aus mit dem Florespilg. mit den fluoreszierenden Oktopoden. Und dann viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020